Ja, das geht schon. Hier oben? Na, nicht da oben. Hier unten. Ne, dahin, Kalle. Da hat mir immer gut genug. Also wirkt ein wenig Ausrüstung, ne? Denkt daran, alles könnte der Tod sein. Oder lass mal ganz sicherlich hier hinten hingehen. Der Lea? Ja, komm. Guck mal, das ist ein weiter Weg von dem da. Von dem blauen vor uns. Das ist ein Team. Und vielleicht finden wir da ein bisschen Mut. Sonst sind wir immer da, bei dem Siegelsporn. Und so. Kalle. Auf deinem Gewissen. Hier fehlt nicht mal so eine Gondel lang. Geil, vierfach Scope. Möchte nicht sagen, dass wir am Arsch der Welt sind, aber wir sind am Arsch der Welt. Ich hab ne AK. Was hast du? Ich hab ne AK. Ich hab ne 12 Augen. Äh, nee, das brauch ich nicht. Ich schmeiß meine... Ich schmeiß meine Scheiß weg. Ne Feste. Was hast du? Ne Feste. Hast du keine Waffe? Doch, hab ich doch gesagt, die 12 Augen gehen. Geil. Das ist ein Lieblingsvorschlag. Okay, der ist nochmal zweimal Arm. Äh, hier oben ist nichts. Aber irgendwie geil, so hinten der 3,6 zu sporen. Ja, na. Das Problem. Wir müssen nie wieder wegkommen. Ja, gut. Ich hoffe, wir... Und gleich kommt die letzte Tode, das ist unsere... Mist. Das wär nice. Das wär allerdings geil. Aber nicht hätten wir was. Müsst du die Vector? Brauchst du einen Zoom eigentlich? Auf die Waffe? Ich mach mal deine Scheiß... Äh, ich rufsch mit dir weg. Mit der Moni. Mit der Moni. Oder brauchst du die Moni? Mist mit der Moni. Brauchst du die Moni? Äh, die brauch ich für Dings. Brauch ich für Dings. Brauch ich für Dings. Okay. Ja, das ist für die Dings hier. Leider. Okay, wir rennen gerade... Fail. Wir rennen gerade zu denen hin. Zu den beiden. Soll ja auch so sein. Wir müssen die ja umbringen. Na, lass mal hier erstmal looten. Ich hab nicht so viele... Ich hab nicht so viel Moni. Wo wir jetzt hinlaufen, ist ne Seilbahn. Kalle. Brauch noch ein bisschen. Natürlich haben die anderen Kids auch was, aber das hat mir mehr Platz im Inventar. Ja, äh, war... Fahren wir hinten mit der Seilbahn oder nehmen wir jetzt unser Kleiderding? Wir fahren einmal mit der Seilbahn und dann fahren wir mit der Seilbahn wieder weg. Ich steige in der nächsten Schaltung wieder aus. Okay. Und dann nehmen wir die nächste und fahren dann in die Zone rein, ne? Wir sind ja jetzt ja relativ nah dran. Bind ich. Dann haben wir fünf Folgen aufgenommen, Kalle. Wann lädst du dir zu, die Folgen? Kalle? Äh, gute Frage. Nächste Frage. Ja, brauchst du bestimmt für zwei Tage. Ja, glaub schon. Wir sind uns einig, wir warten jetzt auf die Kunde, gut. Eigentlich ja zum Weiterfahren und dann aussteigen und dann die nächste, ne? Mhm. Ähm. Ja, das Gute ist, sie fährt ja direkt über den Berg nach, in die Zone, halbwegs. Wir müssen dann nach da unten. Aber wir haben fünf Minuten Zeit. Ja, ja. Ja, sie bedenken daran, wir steigen schlau aus. Nicht so, nicht so verwirrt. Wir bedenken daran, was letztes Mal passiert ist, wir sind tot. Ja, in der Aufnahmesteche heute, ne. Dann müssen wir Minecraft aufnehmen, ne? Ja, auch. Hast du einen Server? Ähm, nö, geht aber still. Zur Not hat es nicht, weil wir fahren auf eine Station. Also nicht die hier, wir steigen die nächste aus, ist besser. Ja, ja. Ja, es liefert bestimmt einen und dann können wir da drauf spielen, ne? Mhm. Weil ich auch Bock habe auf ein Minecraft-Let's Play mal wieder. Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Ja. Ich höre Schüsse. Ja. Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Ich höre Schüsse. Ich glaube, die Seilbahn führt bis zum Dorf und ab da können wir dann den Gleiter nehmen. Äh, das ist die Seil, meinst du, ne? Ja. Wir müssen über die richtige Station abwarten. Ich glaube, nächste, übernächste ist unsere. Wohl. Ist das schon die? Ist das schon die? Aussteigen. 3, 2, 1, ich lebe. Nein! Kalle, bist du da eingestiegen? Ich spring raus, ich halte dich hoch. Ne, ne, nächste Station, bin ich noch näher dran. Äh, danke. Ah, von hier aus geht sogar das Seil, lol. Oh, danke, Kalle. Da habe ich gar nicht geachtet drauf. Warte mal bitte am Seil. Ja, ja, klar. Ich sterbe auch gleich wegen dir. Nein! Ich laufe nicht. Ja, doch, Leute. Das ist doch nicht sein Ernst. Geil, sei für mich alleine, dude. Komm, ey, Tio, hol mich hoch. Ja, ich laufe doch. Was soll der Scheiß, ich will, runterlaufen? Ach, ich muss auch immer noch pinkeln, warte mal kurz. Ach, ich muss auch mal scheißen gehen. Ach, meine Mutti ruft gerade an. Ja, tut mir auch. Dankeschön. Danke. Oh, Mann. Wo ist das, wo ist das, sei da oben? Ja, das hier. Wir sind direkt hier. Genau. Äh, ja, okay. Ich hab 10 HP oder ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen high-end. Du musst... Fuck. Äh, ich hätte ein Erste-Hilfe-Kit drüben für dich. Komm her. Okay, dann komm ich jetzt mit. Äh. Dann komm ich hinterher. Ich muss da drüben gleich nur die Vorsicht behalten. Oh, Mann, ey. Bestes Spieler ever. Vielleicht hat er auch eine Hetzigkeit. Ich steig wieder ein. Gegner. Hei, dich hoch. Mhm. Und dann fangen wir die hier. Ne, ne, ne. Die führt raus. Wir gehen auch da runter. Zu den anderen beiden da hinten. Die eine führt wieder in die Zone. Das Pech hatten wir schon mal. Okay, los geht. Also die, 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 die wir jetzt hinlaufen, die nehmen wir mit. Ja, welche der beiden nehmen, ist egal. Ich bin beide hier. Ich weiß nicht. Nimm die hier. Jetzt kommt jemand, schreibt uns vom Weg weg. Das ist so auch nicht. Naja, da kommt ein Auto hochgefahren. Naja. Ich bin ausgestiegen. Wollen wir die Gondel? Was? Wenn ihr jetzt keine Gondel für uns jetzt mitnehmt, das wäre geil. oder wir müssen gerade voll stehen geblieben oder so äh Spieler äh nein wo 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 ah hinter mir äh vor dir ne auf dem Berg hinten ist einer Achtung Achtung Ja ich bin tot Ja voll verhemmt War das 2 Ja war ein Zeier Team Wir haben aber uns auch schon kommen sehen Das war fies Ok Minuten ok Let's play it out